Ja, willkommen zurück zu Resident Evil 2, meine Lieben. Und zwar, es geht, glaube ich, so langsam auf Final E2. Und wir haben Ada verloren. Freunde, wir haben Ada verloren. Wer es glaubt? Ich glaube nicht, dass sie tot ist. Äh, what? Ich dachte gerade, der hat keine Waffe mehr. Oder spinnt das Spiel wieder? Äh, wir müssen da lang. Das sah gerade nicht so aus, als hätte es nie und keine Waffe mehr. Wollen sie die Leiter? Natürlich, Alter. Da fragst du noch. Hallo, das Selbstzerstörungssystem wurde eingeleitet. Und du fragst mich doch, möchten sie die Leiter runterklettern? Lien, da musst du sagen, ey du, Bauer, was willst du von mir? Lass mich jetzt da runter. Wow, 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 wow. Fuck ab. Nicht mit mir, meine Freunde So, vor allem, ich wurde angesnackt, ne? Ich wurde angesnackt, Freunde Ich meine, ich find's cool, dieses bedrückende, aber das nervt so tierisch irgendwann Wow, wow Oh nein Ich hab Angst Wo bin ich? Ein riesiger Aufzug, mit dem man an die Plattform kommt Wollen sie ihn aktivieren? Ja, jetzt passiert aber was Schlimmes, Freunde Das geht jetzt auf Zeit Boom, Baby Hallo, Mr. Birkin Nett, sie wieder zu sehen Ey Und ich geh drauf Ich hasse das mit keinem Auto, eben bei so einer Stelle Ey, was ist das denn? So, erstes Heilspray Na komm Oh, nein Untertitelung. BR 2018 Jo, ist okay, Spiel. Ist okay. It's right. Ja, komm runter, du Lümmel. Wo bist denn du? Jo, Jo, Spiel. Ey, echt jetzt? Ach, Vorsicht, geht noch. Obwohl, der letzte Schlag könnte der letzte sein. Och, Mann. Also jetzt, muss ich ehrlich sagen, bewegt mich die Steuerung tierisch auf. Wo bleibt denn der Aufzug, ey? Ja, come on. Der Problem ist, das war's noch nicht. So. Weckt mich das auf. Vor allen Dingen, wir haben schon lang nichts mehr von Claire gehört, ne? Wie ist denn? Lümmel? Hurry up! Leon! 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 Stay down! Are you okay? Yes, I'm fine. It's all for you. No. I have to find my brother. You're right. This is just the beginning. Goodbye, Neda. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. richtige Ende. Das wahre Ende kommt nämlich erst im zweiten Part. Und ich werde das mal überspringen hier. Kann man das überspringen? Nein, kann man nicht überspringen. Ähm, ja. Ich klicke mich dann mal aus. Ich hoffe, ihr zieht euch den Abspann auch rein. Ansonsten überspringt den einfach, ne? Spult davor. Egal. Und ich klicke mich erstmal aus. Bis gleich. 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 steuerung her echt schwierig war dadurch dass ja kein schnelldrehen und so hab oder zumindest vielleicht gibt es das und ich weiß immer noch nicht nein ich glaube ich glaube nicht dass das in dem teil gab und ja ich hoffe dadurch auch gefallen den ersten teil des projektes von resident evil 2 der zweite geht dann ab morgen weiter und ich wünsche euch einen angenehmen tag macht's gut